Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen bei der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu Trashigen Themen und heute geht es um unser Lieblingsthema Michael Wendler und sein Geschwobel beziehungsweise sein Statement auf Telegram zu den ganzen Ereignissen rund um seinen Haftbefehl, der jetzt erlassen wurde und auch die Medienlandschaft. Er rechnet nochmal komplett ab. Ich zeige euch die ganze Nachricht hier und gehe natürlich auch nochmal drauf ein. Zu Beginn des Videos möchte ich mich aber direkt bei euch nochmal bedanken für den krassen Livestream und Spenden Livestream am Donnerstag. Ich nehme das hier direkt nach dem Livestream auf, weil ich fix und fennig bin und unbedingt nochmal was machen musste, weil ich gar nicht schlafen konnte, weil es so krass war. Also vielen lieben Dank. Es sind alleine von euch auf DaVinci Talks und auf DaVinci 1560 Euro zusammengekommen. Ich lege nochmal 300 Euro obendrauf. Ich werde die nächsten Tage die Belege und alles natürlich für euch teilen. Auch für was das gespendet wurde, seht ihr auch, wenn ihr euch den Stream nochmal anguckt, beziehungsweise wo das Geld hingeht. 50% an Menschen, 50% an Tierheime, die betroffen sind und das ist eine tolle Summe. Wir haben echt eine Menge damit erreichen können und das ist eine tolle Sache. Also ich bedanke mich dafür nochmal bei euch recht herzlich, bei allen, die da mitgeholfen haben, die mitgespendet haben. Und im Community Tab sind auch nochmal alle Sachen getypt, beziehungsweise auch bei meinem Stream erfahrt ihr nochmal nähere Infos, wenn ihr euch den nochmal angucken wollt. Bitte spendet aber nicht mehr an mich, sondern dann direkt an die Seiten, wenn ihr noch was spenden wollt und den Stream verpasst habt. Ansonsten findet heute um 18 Uhr ein weiterer Livestream statt. Da talken wir wieder. Dort könnt ihr mich auch gerne supporten, wenn ihr wollt und vorbeischauen. Ich würde mich sehr freuen. Da werden wir natürlich wieder über die üblichen Verdächtigen sprechen und die Woche in Ruhe um 18 Uhr auskriegen lassen. Also ich würde mich sehr freuen. Ansonsten geht es jetzt um die Nachricht von Michael Wendler. Er rechnet nochmal komplett mit der Medienlandschaft in Deutschland ab. Er spricht auch nochmal über den Haftbefehl und was er dazu zu sagen hat. Ich finde es durchaus interessant. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und von daher hört erstmal selbst, was Michael Wendler zu sagen hat. Ich melde mich jetzt nochmal aus dem Off und bin wirklich fassungslos. Ich hatte das Video ja eigentlich schon fertig geplant. Und es gab auch eine 5-minütige Sprachnachricht erst, auf die ich ja auch eingegangen bin. Jetzt auch bei der Einleitung und allem. Die wurde allerdings jetzt nochmal geändert und es wurde eine 12-Minuten-Variante draus. Die habe ich jetzt allerdings gekürzt. Da geht es auch darum, dass er vom Impfen nicht viel hält und da natürlich wieder abrät. Das mag YouTube nicht und das zeige ich euch hier auch nicht. Mir geht das auch auf den Keks. Denn das hat auch nichts mit normaler Kritik zu tun. Er schwobelt da wirklich wieder vom Massensterben und Co. Und er kritisiert halt auch in einer Aussage sämtliche Eltern, die jetzt ihre Kinder impfen lassen. Und da möchte ich mich ganz klar von distanzieren. Ich glaube, mit dieser Aussage hat er sich jetzt komplett die Karriere beendet. Also, er hat ja schon einiges rausgehauen. Aber ich glaube, das wird jetzt echt sein Sargnagel gewesen sein. Ich bin fassungslos. Dann geht es auch darum, dass er von Wetterwaffen noch spricht. Das habe ich jetzt alles rausgeschnitten. Die Originalnachricht könnt ihr euch selber bei Telegram angucken. Es ist alles in den Quellen verlinkt. Aber mir ist das jetzt für YouTube und den Kanal hier zu krass. Das sage ich jetzt hier auch ganz deutlich. Ich habe auch noch eine andere Sprachnachricht aufgezeichnet. Da kommt dann am Dienstag ein Video zu. Es passiert täglich irgendwas auf seinem Telegram-Kanal. Ich komme nicht mehr hinterher. Guckt auch unbedingt bei Da Vinci vorbei. Da habe ich auch noch mal was zu Timo Berger und ihm hochgeladen. Also, ich versuche euch wirklich auf meinen Kanälen gut zu versorgen. Aber ich möchte es auch nicht übertreiben mit den Videos. Denn ich fand jetzt die letzten Tage wirklich sehr wendlerlastig. Ich gebe es auch zu. Ich versuche da auch dran zu arbeiten, dass jetzt noch mal ein paar andere Themen jetzt die Woche auf jeden Fall rankommen. Aber es passiert jeden Tag irgendwas und das ist unfassbar. Ich distanziere mich von sämtlichen Gesagten in diesen Nachrichten. Das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen. Kritik ist immer gern gesehen. Finde ich auch gut, dass man vielleicht auch mal sagt, Mensch, ich bin hier skeptisch. Und hier gibt es vielleicht auch noch mal ein, zwei Studien, die vielleicht sagen, okay, sollte man nicht drüber nachdenken. Aber wenn man dann irgendwelchen Schwachsinn erzählt, ja, und nee. Also das geht mittlerweile wirklich in eine Richtung, die einfach ekelhaft ist und die man hier auch noch mal ganz klar anprangern muss. Wie gesagt, das Video war eigentlich auch das Ende auf eine andere Sprachnachricht gemünzt. Ja, die fünf Minuten ging. Die wurde allerdings gelöscht, wie gesagt. Er hat jetzt diese Zwölf-Minuten-Variante gemacht, die ich euch jetzt abgekürzt habe. Und die schlimmste Aussage habe ich noch mal rausgekattet, weil da ging es auch ums Impfen. Und das mag YouTube nicht so gern. Also von daher passen wir da so ein bisschen auf. Möchte ich aber euch hier trotzdem nicht vorenthalten, was er da für ekelhafte Sachen gesagt hat. Die krassesten Sachen sind allerdings in der Zwölf-Minuten-Nachricht drin. Die könnt ihr bei Telegram euch dann anhören, wenn ihr wollt. Hört jetzt erst mal selbst, was er gesagt hat. Einen wunderschönen guten Morgen aus den USA. Heute am Freitag, den 23. Juli 2021. Ich hoffe, euch geht es gut und schön, dass ihr da seid. Ja, heute möchte ich mich ausdrücklich einmal bei der Bild-Zeitung bedanken. Und zwar für die vielen regierungskritischen Berichte, die wir ja in den letzten anderthalb Jahren in den Medien vermisst haben. Und ich hoffe, dass die Bild-Zeitung auch weiterhin am Ball bleibt. Anders ist es auf der Boulevard-Ebene. Da ist alles noch beim Alten, bei der Bild-Zeitung. Und die Redakteure scheinen immer noch nicht mitzubekommen haben, dass an den vielen angeblichen Corona-Verschwörungen und deren Corona-Verschwörer eigentlich gar nichts dran ist. Denn diese sagen die Wahrheit. Und vieles davon hat die Bild-Zeitung ja selber aufgedeckt. Aber dennoch macht man hier weiter mit der Corona-Keule auf Boulevard-Ebene. Das macht man eben sehr gerne auch bei mir mit unfassbaren Behauptungen. Aber ich habe ja meinen Telegram-Kanal und kann diese dementsprechend hier dementieren. Wie zum Beispiel die letzte Berichterstattung in der Bild-Zeitung über mich und einem angeblichen Goldschatz, den ich besitzen soll. Ja, Tonnen von Gold. Ich habe praktisch das Fort Knox hier bei mir zu Hause. Und die Bild-Zeitung hat dafür Beweise. Und zwar von einem Insider, der angebliche Kontoauszüge der Bild-Zeitung, der Firma, für die ich arbeite, nämlich Cape Music, übermittelt haben soll. Und in der ist ganz klar belegt, dass Gold im hohen Maße eingekauft wurde. Ich habe gestern schon festgestellt, dass den einzigen Goldschatz, den ich besitze, und dazu stehe ich auch, ist meine Frau Laura. Ansonsten ist das natürlich wieder mal ein Schwachsinnsbericht, der im Grunde genommen abgehakt werden kann. Aber sehr gut wahrscheinlich jetzt in die Verkaufsagenda und Vermarktungsagenda der Bild-Zeitung passt zu meiner Person. Denn ihr dürft ja alle nicht vergessen, ich bin ja ein Schwerkrimineller. Laut Bild-Zeitung werde ich ja mit einem Haftbefehl gesucht, was ja völliger Schwachsinn ist. Man braucht mich nicht suchen, wenn man weiß, wo ich wohne. Und es ist auch kein Haftbefehl. Ich kann es nur mal ausdrücklich sagen, sondern ein Sitzungshaftbefehl. Damit geht man auch nicht ins Gefängnis, sondern bei Einreise in Deutschland würde ich, wenn ich denn nach Deutschland reisen würde, würde sofort dem Amtsgericht Dienstlagen am selben Tag vorgeführt werden. Und dann würde dieser Sitzungshaftbefehl aufgelöst werden. Und dann ist das Ding wieder weg. Also es ist völliger Schwachsinn. Hier gab es, glaube ich, Missverständnisse. Denn mein Rechtsanwalt hat mir ganz klar gesagt, dass eine komplette exklusive Vollmacht ausreichen würde und mein persönliches Scheinen dann nicht mehr notwendig sei. Das wird in vielen Verfahren so getätigt. Und er hat sich auch vor Gericht sehr gewundert, dass die Richterin das anders sah. Dagegen wurde Widerspruch eingelegt, natürlich gegen den Sitzungshaftbefehl. Und es wurde um Aufhebung gebeten. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie das Ganze weitergeht. Es ist natürlich komplett lächerlich, da ich mich ja auch in der Sache schon erklärt habe, dass ich vor Gericht keine Aussage getätigt hätte, sondern mein Rechtsanwalt mich vollumfänglich vertreten hätte können. Und der Prozess hätte stattfinden können. Das wusste wahrscheinlich auch die Richterin. Aber es war eine persönliche Genugtuung, meiner Meinung nach, mich eben vor Ort haben zu wollen. Und deswegen wurde das gemacht. Aber zur Freude der Presse wurde das natürlich ausgeschlachtet ohne Ende. Und es wurde ein weiteres Narrativ geschaffen, dass Micha Wendler ein angeblicher Krimineller sein soll. Ja, so viel dazu. So kann man natürlich auch versuchen, den Widerstand zu schwächen. Und ich denke aber, ihr wisst alle, wie ich gestrickt bin, das ist nicht von Erfolg gekrönt. Denn die Wahrheit wird immer siegen. Das Licht wird immer über die Dunkelheit siegen. Und so wird es auch in diesem Fall sein. Und ich kämpfe natürlich weiter für Aufklärung für euch. Und ich bleibe am Ball. Aber alles natürlich seriös. Ich weiß ja alle Vorwürfe von Antisemitismus von mir. Das bin ich nicht. Das mache ich nicht. Und auch hier versucht man natürlich, mir die Nazikeule überzubraten. Wie man das übrigens mit vielen anderen Personen auch macht. Wie Ärzten, Rechtsanwälte, die die Aufklärungsarbeit leisten. Und im Widerstand sind, wenn man das so sehen will. Wir sind ja eigentlich keine Kriminellen, die versuchen, einen Staat zum Erliegen zu bringen. Sondern wir wollen einfach nur wieder zurück zum Grundgesetz. Wir wollen, dass das Infektionsschutzgesetz, das illegal ist, wieder komplett zurückgenommen wird. Und jeder, jedes Elternteil, das jetzt sein Kind verliert. Kein Mitleid, sorry. Die haben es selber zu verantworten. Die haben ihre Kinder umgebracht. Und zwar auf politischen Druck. Anders kann man das nicht sagen. Und das ist brandgefährlich, was hier gerade passiert. Aber ihr seid schlau hoffentlich. Was ich mich bei Michael Wendler immer wieder frage, ist der Punkt, warum spricht der das so schlecht mit seinem Rechtsanwalt ab? Es gab ja auch bei Timo Berger Probleme. Und dort war das auch sehr unprofessionell, dass er, also der Anwalt von Michael Wendler, nicht die Dinge hatte, die man brauchte, um auch Corona-bedingt über den Laptop beziehungsweise über Computer mit so einer Skype-Session beziehungsweise einem Hangout das dann zu regeln. Da hatte er dann keine Webcam. Und da hat ja auch Timo Berger drüber sich schon aufgeregt. Und ich finde auch diesmal bei dieser Nummer wirkt das auch sehr unprofessionell. Wenn man wirklich eine Vollmacht austeilt, dann sollte doch der Rechtsanwalt sich auch rechtzeitig drum kümmern, das ist ja seine Aufgabe, das alles auch für seinen Mandanten ordentlich zu klären. Und wenn jetzt vielleicht wirklich Michael Wendler dachte, Mensch, jetzt ist alles geklärt damit, dann ist das natürlich höchst unprofessionell, sollte das so gewesen sein. Ich weiß es nicht, das muss man natürlich jetzt auch erstmal in einem Fragezeichen stellen. Es gilt die Unschuldsvermutung, das muss ich hier natürlich auch ganz klar sagen. Man weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles so stimmt, was er sagt. Man kann es natürlich bezweifeln. Man weiß aber auch nicht, ob er vielleicht wirklich an allem schuld ist und vielleicht der Rechtsanwalt raus ist bei der Nummer. Vielleicht ist da auch einfach Michael Wendler dran schuld, dass er sich da viel zu spät drum gekümmert hat. Denn das wirkt alles so ein bisschen komisch bei Timo Berger und jetzt bei der Situation, dass das da alles irgendwie nicht so richtig klappt und es nicht so richtig zu einem vernünftigen Prozess kommt. Also wenn das dauernd verschoben wird, da stimmt ja irgendwas nicht. Normalerweise sollte das ja dann doch ein wenig schneller gehen, auch wenn jetzt Corona immer noch am Start ist und die letzten Monate natürlich ein wenig erschwert hat das Ganze. Was sagt ihr zu dem ganzen Ding rund um die Bild und die Berichterstattung rund um ihn? Da habe ich ja auch noch einen Artikel für euch gestern gezeigt bei einem Video, wo er auch noch mal von der Bild quasi ziemlich enttäuscht war und da auch noch mal ein Statement rausgehauen hat. Und ja, das ist definitiv irgendwie alles ein bisschen strange momentan bei ihm. Aber es ist ja auch kein Wunder. Ansonsten soll es das für dieses Video hier gewesen sein. Ich bedanke mich noch mal für den krassen Livestream und generell für den ganzen Support in den letzten Wochen. Lass gerne auch ein Like und Abo da. Schreibt mir gerne bei Twitter und Instagram auch immer neue Themen außerhalb des Wenders. Und dann sehen wir uns um 18 Uhr hoffentlich heute beim Live Talk. Bis dann und ciao, ciao.